Hallo Kinder! Leider ist es so, dass manche von euch das Prinzip unseres kleinen Mitmachvideos nicht verstanden haben und die beiden Videos einfach nicht gefunden haben und einfach A oder B geschrieben haben, weil sie dachten, das sind Fotos. Ja, deshalb lade ich jetzt diese Videos trotzdem nochmal einzeln hoch, einfach damit ihr die beiden Videos auch sehen könnt, weil es echt schade wäre, weil wir da echt ein bisschen Arbeit reingesteckt haben, um die Idee ein bisschen zu entwickeln. Ja, vielleicht klappt das ja irgendwann ein anderes Mal. Ja, auf jeden Fall seht ihr jetzt Teil B und in dem anderen Video Teil A, den verlinke ich euch dann nochmal in die Infobox und dann könnt ihr einfach entscheiden, welcher Teil in unserer Geschichte weitergeführt werden soll. Ja, vergesst dann aber bitte nicht auf dem Hauptvideo abzustimmen, das verlinke ich euch auch nochmal in die Infobox. Da klickt ihr einfach am Ende auf das I, also von dem Video ist oben ein I und da könnt ihr dann halt einfach Geschichte A oder Geschichte B drücken. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Geschichte. Nee, das geht jetzt aber viel zu schnell alles. Ja, du willst doch gar nicht weg. Du bleibst doch am besten bei mir. Wir könnten uns auch noch verstecken, aber das bringt alles sowieso nichts, Fussel. Da müssen wir jetzt durch. Wir können jetzt einfach nur hoffen, dass das nicht die richtige Besitzerin ist. Ja, schönen Tag. Kommen Sie doch bitte rein. Ich bin die Sophia. Ja, und ich bin die Birgit. Danke, dass Sie so schnell einen Termin für uns gemacht haben. Ja, das ist doch gar kein Problem. Kommen Sie am besten ganz rein, dann können wir uns die Katze zusammen anschauen. Ach, Sie haben ja noch ein ganz, ganz kleines Baby. Wie niedlich. Ja, das ist unsere Emma. Ja, ich hole jetzt mal eben schnell meinen Sohn, ja? Und die Katze. Linus, kommst du jetzt bitte? Linus, komm jetzt! Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass es sein kann, dass mein Sohn ein bisschen hier Theater und Drama macht. Er hängt nämlich jetzt echt schon an der Katze. Das tut mir dann sehr, sehr leid. Ja, nee, das kann ich verstehen. Das ist gar kein Problem. Ich bin ja froh, dass jemand die Katze denn gefunden hat. Ja, hallo. Ja, du bist also hier der Katzenretter. Super. Dann zeig mal her, ob das unsere Katze ist. Ja, also das ist die Katze, die ich gefunden habe. Ja, zeig mal her. Ich gucke sie mir mal genauer an. Na, komm mal her hier, du kleine Süße. Flocke, komm mal her hier. Komm, komm her zu Mama, komm. Ach Mensch, das gibt es doch nicht. Oh, Birgit, was haben Sie denn? Ja, das ist auf keinen Fall unsere Katze. Unsere Katze hatte hinten einen ganz weißen Schwanz. Also so einen Fleck, den hat diese Katze hier nicht. Sind Sie sich ganz sicher? Ja, das ist auf keinen Fall Flocke. Also ist das ja nicht Ihre Katze? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, das ist nicht unsere Katze. Leider nicht. Ach, Birgit, kommen Sie mal her. Setzen Sie sich mal an den Tisch. Ich mache Ihnen mal einen Tee. Ist das okay? Sie müssen sich erst mal beruhigen. Möchten Sie einen Pfefferminztee oder einen schwarzen Tee? Ja, also ich hätte gerne einen Pfefferminztee. Vielen Dank, Sophia. Hast du das gehört, Fussel? Du bist nicht Flocke, du bist Fussel. Ah, bin ich froh. Also die Frau tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich bin auch froh, dass du hierbleiben darfst erst mal. Das wäre so schrecklich, wenn du gehen müsstest. Hier, Birgit, Ihr Tee. Ja, danke schön, Sophia. Das ist sehr nett von dir. Sie waren die erste Hoffnung, die ich seit, ja, seit Tagen hatte. Meine Tochter ist so sauer auf mich, weil die Katze weg ist. Ja, und sie weint den halben Tag und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, um diese Katze zu finden. Ja, heute Morgen lasse ich die Anzeige im Internet. Ja, und ich dachte, das wäre sie jetzt endlich. Ja, und dann ist es nicht unsere Katze. Das ist einfach so schrecklich. Aber auch schön für ihren Sohn. Da braucht er sich heute auch nicht verabschieden. Obwohl das denen ja nachher auch schwer wird, wenn die Katze nachher länger hier ist. Das tut mir echt leid, dass du so traurig bist wegen der Katze. Ich hoffe, du findest ganz schnell deine Katze wieder. Wie ist sie denn weggekommen? Ja, ich hatte leider ein Fenster offen stehen im Erdgeschoss und da ist die Katze dann einfach schubsi-wups weg. Ja, du weißt ja, wie so kleine junge Katzen sind. Die wollen immer ein Abenteuer erleben. Ja, da hättest du ein bisschen besser aufpassen müssen. Ja, da hast du wirklich recht. Na gut, ich will sie jetzt auch nicht länger belästigen. Vielen Dank, dass sie mir so schnell einen Termin gegeben haben. Ja, und dass auch sie mir noch einen Tee gekocht haben und dass ich mich kurz setzen durfte. Ja, vielleicht können sie mich anrufen. Ich gebe ihnen nochmal meine Nummer, falls sie irgendwo so ähnlich eine Katze hier in der Gegend sehen. Und ich wünsche ihnen viel Glück, dass sie den Besitzer von dieser Katze finden. Puh, das haben wir ja nochmal Glück gehabt. Irgendwie wollte ich jetzt auch nicht mehr, dass Brüssel geht. Gott sei Dank, kann die Katze erstmal hierbleiben. Puh, da habe ich aber Glück gehabt, oder? Ja, Linus, da hast du ganz schön Glück gehabt. Aber du musst jederzeit damit jetzt rechnen, dass die Katze geht. Oh, das ist so doof. Ja, das stimmt, das ist wirklich doof. Na, Linus, da bist du aber froh, dass die Fussel noch hier ist, oder? Ja, aber die Frau tat mir auch ein bisschen leid, die hat so geweint. Ja, Linus, aber... Ja, da haben wir ja keine Schuld dran. Ja, das stimmt. Aber irgendwie bin ich ja trotzdem traurig. Ja, was hast du denn? Ja, weil auch... Ja, wenn die Katze gefunden wird irgendwann, dann muss sie ja trotzdem irgendwann mal weg. Oder wir müssen sie ins Tierheim geben. Also, Linus, ich sag dir jetzt mal was. Ich verspreche dir, dass ich Mama denn überrede, wenn sich keiner meldet, dass wir die Katze behalten können. Ja, würdest du das wirklich machen? Ja, na klar, ich will die Katze jetzt auch hier haben. Ich war heute auch ganz traurig, dass sie schon geht. Oh ja, das wäre echt toll. Hoffentlich meldet sich keiner. Ja, Linus, wir gehen erstmal am Samstag los und holen mir ein bisschen was für die Katze. Ein richtiges Katzenklo, viel Katzenfutter, Spielzeug, ein Kratzbaum. Ich habe das Gefühl, die Katze bleibt auch ein bisschen länger. Oh ja, das wäre so toll, wenn wir das machen könnten. Ja, Linus, sohn jetzt schlaf und mach dir keine Sorgen. Ja, wenn Mami nachher schläft, dann gehe ich wieder runter. Ja, ja, mach das, mein Sohn. So, dann mal gute Nacht. Musik Untertitelung. BR 2018